Grüß euch Gott, Sepp ist der Waldhandwerk. Um die Pfefferminz geht es heute. Oder mehr? Nie allein, ne? Wir erstaunen gerade, dass der Romer jetzt da so viel Pfefferminz herum ist. Intensiv, kurze Pflanzl, da könnt ihr super schön draus machen. Minze, Irwe ist antiseptisch, man kann aus dem Sud mit dem Minzwasser Wunden reinigen. Ah, Zahnschmerzen, auch ganz wichtig. Bei Zahnschmerzen kannst du auch auf der guten Seite ein bisschen zerkauen und auf die Seite des Minzblatt legen, wo es ein bisschen weh tut. Ist ein bisschen schmerzlindernd. Ja, das ist auch die Pfefferminze. Was ist das eigentlich? Das ist ein Lippenblütel? Ich glaube, ja. Sieht fast aus. Wurst, essbar, gut, gesund, Pfefferminze. Pflanze für heute. Naturliebe und von mir. Alles Gute für euch. Fert euch gut und grüß aussehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.